Jo Freunde der Woken Bubble, dieses Video hat mich wirklich einiges an Nerven gekostet. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Video liked, um ein bisschen Mitgefühl zu zeigen. Ich habe ja bereits vor einiger Zeit ein Video zu Kircho gemacht. Das ist ein kleiner Influencer, der auch in dieser Müll-Woke-Bubble ist, mit der wir uns die ganze Zeit auseinandersetzen müssen. Nun hat er in einem Livestream ein Gespräch mit einem Zuschauer von mir geführt, in dem er die ganze Zeit Müll über Montes, Gurus und mich gelabert hat und ich glaube, wir müssen uns das mal ein bisschen angucken. Der erste Punkt handelt tatsächlich auch direkt von Chuyoka und da sagt er das hier. Okay, also ein Beispiel für reaktionäre Ansichten wäre zum Beispiel, wenn jemand erklären möchte, warum das Geschlecht schon irgendwo wichtig ist. Zum Beispiel, wenn Chuyoka sagt, hey, als Frau im Internet begegnest du eine andere Form von Hass. Da hast du, das ist einfach ein bisschen anders und das zu erklären. Und dann kommt KuchenTV und sagt, haha, sie will sagen, nur Frauen geht es schlecht im Internet und die werden nur gehasst. Sie hat ja nirgendwo gesagt, dass nur Frauen Hass bekommen, aber genau das sagt KuchenTV dann. Sie stellt es so dar, als wenn nur Frauen Hass im Internet bekommen. Aber das hat sie ja gar nicht gemacht. Sie hat einfach nur die Perspektive von Frauen im Internet erläutert. Welche Stelle er genau meint, das weiß ich nicht, aber er erwähnt das mehrmals in diesem Interview. Und in seinem 80-seitigen PDF hat er das Ganze auch verlinkt und zwar geht es um das hier. Als Influencerin, als weibliche Influencerin, die auch politische und gesellschaftliche Inhalte macht, ist es nicht eine Frage von, hat mich gerade irgendjemand auf dem Schirm, sondern wer ist das momentan? Oh, sie sagt ja gar nicht, dass Frauen anders gehatet werden, sondern dass Influencerinnen, also weibliche Influencerinnen, immer Hate abbekommen, wenn sie politische Arbeit leisten. Ja, nur leider spielt das Geschlecht hier keine Rolle. Dekadent beispielsweise wird auch extrem gehatet und der vertritt ja ungefähr die gleichen Werte wie Shoyoka. Die Bewertungen seiner Videos sind fast alle ziemlich negativ. Sie versucht halt immer ihr Geschlecht vorzuschieben, um sich ja nicht minimal mit Kritik beschäftigen zu müssen. Und ich meine, ein Dekadent ist by the way auch so krass gehatet worden, dass das glaube ich ein Mitgrund gewesen ist, warum er nach Irland geflohen ist. Lustig ist auch, dass es bei der Frage eigentlich darum gehen soll, warum ich denn reaktionär, also rechts bin. Und das ist dann seine Antwort, warum der Punkt dafür spricht. Ja, anstatt darauf einzugehen. Na, ich würde sagen, das ist ein Punkt für den Antifeminismus, aber... Ja, Bro, also er sagt selber, dass das kein Punkt dafür ist, dass ich reaktionär bin. Also du hast die Frage wirklich super beantwortet. Das macht er übrigens während dem gesamten Interview. Also es gibt nicht einen Punkt, den er nennen kann, warum das bei mir der Fall sein soll. Aber ich will auch nicht so sein. Wahrscheinlich hat er sich bei dem Punkt ein bisschen verschrieben, denn ein Clip später geht es tatsächlich ungefähr um dieses Thema. Und da blende ich euch jetzt ein, was Shoyoka gesagt hat und was meine Antwort darauf ist. Das ist echt unangenehm, aber ich bin eine Frau mit einer politischen und gesellschaftlichen Meinung. Und ja, ja, das ist ein Frauenthema. Denn meine männlichen Kollegen, die über die gleichen Dinge reden wie ich, bekommen nicht solche Texte von Typen, die ihnen schreiben, wie sie sie f***igen wollen. Das ist ein Frauenthema. Hä? Ja, natürlich kriegen Männer das nicht. Das wäre ja auch maximal homosexuell, oder? Aber ja, natürlich bekommen solche Nachrichten häufiger Frauen, denn das ist für diese Idioten nur mal eine Angriffsfläche, die man nutzen kann. Obwohl das komplett dämlich ist, sowas zu schreiben, da müssen wir nicht drüber reden. Dafür bekommen Männer aber häufiger Schläge oder einen Mord angedroht. Zumindest ist das bei mir immer so. Was ist jetzt schlimmer? Ja, gar nichts. Beides ist wahrscheinlich schon irgendwo gleich schlimm. Also selbst bei sowas versucht sie irgendwie ihr Geschlecht in den Vordergrund zu stellen, um sich noch mehr in die Opferrolle packen zu können, als es irgendwelche Männer machen könnten. Sie hat hier nicht aufgeklärt im Sinne von so, hey, guck mal, Frauen werden im Internet anders gehatet als Männer, Mann. Sondern sie wollte sich damit ganz klein in die Opferrolle stellen und sagen, äh, meine männlichen Kollegen bekommen nie solche Nachrichten, ich bekomme immer solche Texte. Ja, Frauen werden anders gehatet. Das habe ich da auch schon eingesehen, lustigerweise, obwohl Kirchow das Gegenteil behauptet. Ich finde aber trotzdem, dass Gewalt oder Morddrohungen, zum Beispiel gegen mich oder gegen Männer allgemein, nicht weniger bedrohlich sind, als Nachrichten, die Frauen bekommen. Sie versucht es halt wieder auf ihr Geschlecht zu schieben, obwohl jeder Hate bekommt. Mein Punkt ist nicht, dass sie sagt, dass sie Hate bekommt oder was für Hate sie bekommt, sondern aus welcher Intention sie das macht. Und zwar um sich als Frau in die Opferrolle zu stellen. Und auch unabhängig von Chuyoka labert Kirchow hier kompletten Müll. Beispielsweise das hier. Nee, nicht, weil es leicht auszugrammentieren ist, sondern weil er sowieso schon angefangen hat damit. Weil es Content ist, weil die Leute ihn dafür jetzt gerade kennen und weil sie die Videos feiern. Die feiern das, wenn man auf eine Frau einschlägt. Ja, based. Die Leute feiern es, wenn jemand komplett dumme Aussagen bringt und Kuchen die auseinander nimmt. Das hat nichts damit zu tun, dass es eine Frau ist. Ja. Nee, richtig. Aber die Videos mit Frauen werden trotzdem sehr viel mehr geklickt. Das erzeugt sehr viel mehr Spannung, sehr viel mehr Reichweite. Das ist halt einfach nachweislich gelogen. Gucken wir uns einfach mal meine 16 beliebtesten Videos an. Ja, da sind tatsächlich sieben Frauen drunter. Lustigerweise auch sieben Typen, also Frauenquote bei mir auf jeden Fall erfüllt. Aber willst du mir jetzt wirklich sagen, dass die Leute sich bei einer Paulana, bei einer Dagi oder bei einer Bibi gedacht haben, Boah, endlich schießt er gegen Frauen. Dieses Video gucke ich mir jetzt an. Wie der andere Typ ja auch schon gesagt hat, gehen die Videos viral, weil die Aussagen der Leute einfach extrem dumm sind und das die Leute deutlich besser unterhält. Oder das Thema ist halt einfach gerade generell im Hype. Ich habe auch mal ein Video über so einen kleinen Kritiker gemacht, der 100 Abonnenten hatte. Das Video dazu hat 500.000 Aufrufe erreicht. Einen Blazin Daniel beispielsweise kennt auch niemand. Das Video, was ich über den gemacht habe, hat aber 1,2 Millionen Aufrufe erreicht. Und auch mein erstes Video gegen Ahmad hat über 700.000 Aufrufe, obwohl der Typ zu dem Zeitpunkt glaube ich so 10.000 Abonnenten hatte. Den Leuten ist das Geschlecht vollkommen egal. Die haben einfach Bock, richtig loste Leute wie dich in meinem Video zu sehen. Meine Videos über Frauen klicken sich überhaupt nicht besser, als wenn ich einen Mann kritisiere. Das ist kompletter Quatsch. Und wenn nicht, dann kannst du mir das ja gerne mal anhand von irgendwelchen Statistiken zeigen, oder? Ja, das Shoyoka-Thema ist natürlich gerade sehr beliebt. Shoyoka und Freiraumree klicken sich gut, aber es geht ja ums Allgemeine und nicht um zwei Frauen, die man sich rauspicken kann, oder? Vor allem gibt er im Grunde auch genau das eigentlich zu. Okay, warte, lass mich auf Kuchen seinen Kanal schauen. Also ich glaube, dass die Videos jetzt, beispielsweise das letzte Video gegen Dara kam mindestens genauso gut an wie das gegen Freiraumree, oder? Stimmt, ja. Also jetzt, jetzt, ja. Das ist halt die Plausible Deniability-Karte. Also wie? Ich weiß. Bitte was? Plausible Deniability. Das ist, ah ja, ich mach doch auch Videos über andere. Ja, richtig, aber in der Intensität macht er die Videos nur über die Wokebubble. Ja gut, Bro, aber wenn sich das Dara-Video genauso klickt und Dara keine Frau ist, dann hast du dir eigentlich gerade selbst widersprochen. Und ja, momentan kommen relativ viele Videos zur Wokebubble, was aber vielleicht auch so ein bisschen daran liegt, dass ihr auch sehr oft über mich redet. Die beiden Videos über Kurt Scho hab ich gemacht, weil er über mich gesprochen hat, etliche Videos über Freiraumree und Shoyoka ebenfalls. Und auch Leute wie Dara haben mich in ihren Streams die ganze Zeit erwähnt, weswegen ich Videos dazu mache. Nicht nur, das will ich gar nicht sagen, aber die meisten Videos wären gar nicht entstanden, wenn ihr mich ignorieren würdet. Aber danke dafür, das ist geiler Content. Bitte macht weiter. Der Typ beschwert sich halt wirklich darüber, dass ich mich einfach nicht mehr wehren soll. Das ist, das ist, keine Ahnung. Ja, ja und so weiter. Die Sachen, wo Leute einfach dumm sind und die man, also dumme Takes bringen und Kuchen, die wirklich... Ja, aber Skoros bringt auch die ganze Zeit dumme Takes. Tobias Hoch bringt auch andauernd dumme Takes. Der hat letztens gesagt, dass der Illigella Cup nicht ausverkauft sein wird. Wo ist das Video von KuchenTV da drüber? Existiert nicht, weil es sein Freund ist. Wo ist nur mein Video über Tobias Hoch, weil er zu einem Event gesagt hat, dass das nicht ausverkauft ist, obwohl es doch ausverkauft gewesen ist? Mann, das mache ich nur, weil ich mit ihm befreundet bin. Denn das ist so ein wichtiges Thema. Wie konnte ich das nur ignorieren? Unfassbar, wie ich hier meine Freunde beschütze. Dass ich da kein Exposed-Video gegen ihn gemacht habe, also da komme ich selber noch nicht drauf klar. Joka hat ja Streams lang über KuchenTV abgelästert und KuchenTV hat sich dann halt verteidigt. Wenn diese Leute im Titel stehen, die Annahme haben, dass das ein spannendes Video wird, weil sich Leute komplett blamieren. Und das ist das, was die Community feiert und was die Leute mehr anschauen. Hat er sich auch verteidigt, als Freiraum Reh auf Oliver Pocher reagiert hat? Bei 13 Fragen. War das auch eine Verteidigung? Oder als er angefangen hat, über Hogwarts Legacy und J.K. Rowling zu reden und ihre Transfeindlichkeit, die er nicht wirklich erwähnt hat. Wisst ihr, was ich hier dran lustig finde? Der Typ sagt beiläufig, dass ich mich teilweise ja auch gegen Shoyoka verteidigt habe. Die komplette restliche Argumentation ignoriert Kürtschow jetzt komplett und bringt x Beispiele, wo ich mich nicht verteidigt habe, sondern wo ich Shoyoka einfach so kritisiert habe. Das andere Argument, dass Leute einfach auf dumme Aussagen von anderen stehen, wird komplett ignoriert, weil er gar nichts dazu sagen kann. Aber in den drei Videos hat sich KuchenTV gar nicht verteidigt. Obwohl das gar nicht der Hauptpunkt war, das hat er in einem Nebensatz erwähnt. Digga, Kürtschow, wirklich, wie kann man so schlecht argumentieren? Und ich meine, eigentlich ging es auch immer noch darum, dass Videos über Frauen besser geklickt werden. Deswegen macht seine Antwort hier eigentlich noch weniger Sinn, weil er absolut vom Thema abgelenkt hat. Natürlich greift er auch an, aber das darf man ja, wenn man was öffentlich äußert, darf jeder so viele Videos dagegen machen, wie man will. Aber das hat nichts damit zu tun, dass es eine antifeministische Hetzkampagne ist. Naja, doch schon. Wenn man die ganze Zeit sich im Kreis dreht mit den anderen Leuten, immer auf sich selber reagiert. Monte reagiert darauf, dann reagiert Kuchen nochmal darauf, daraus mache ich dann auch nochmal ein Video. Wenn immer, wann immer die Kritik rankommt, wird immer wieder auf diese eine Sache referenziert. Und ach ja, wisst ihr noch damals, dieser Take von der sexuellen Belästigung, den wir erfunden haben, aber wir sagen euch nicht, dass wir ihn erfunden haben. Das wird immer wieder referenziert. Immer und immer wieder. In jedem Video. Ach so. Es ist eine antifeministische Hetzkampagne, weil wir uns im Kreis drehen und ich immer nochmal auf die Videos reagiere, auf die Monte von mir reagiert hat. Ja gut, ich will jetzt natürlich nichts sagen, aber das mache ich halt bei jedem Video, egal was das Thema ist. Das ist echt antifeministisch. Es ist unfassbar. Und Shoyoka hat ihm sexuelle Belästigung vorgeworfen. Das, was Shoyoka hier in ihrem Statement schreibt, beschreibt eine Situation, in dem Skurrus sie belästigt hat auf sexueller Basis. Was soll das sonst sein, Bro? Erklär uns das bitte. Ich meine, selbst Dekal Dent hat im Stream schon gesagt, dass das sexuelle Belästigung ist. Dekal Dent, kannst du bitte auf ihn hören, wenn du schon nicht auf uns hörst? Was ich auch nicht so ganz verstehe ist, was soll daran überhaupt antifeministisch sein? Ich meine, sag von mir aus, dass wir uns auf Shoyoka eingeschossen haben. Okay, damit kann ich leben. Aber wir sind antifeministisch, weil wir ein paar Videos über eine Frau machen? Also Shoyoka steht jetzt für uns einfach für Frauen oder für Feminismus oder wie soll ich das Ganze verstehen? Dann ist es trotzdem noch ein Vorwurf, mit dem sie die Absicht hatte, Skurrus komplett tot zu machen. Weil wenn so ein Vorwurf gegen einen Mann im Raum steht, dann werden die meisten... Luke Mockridge ist nicht komplett tot, Skurrus hat einen Millionendeal beim Casino, nichts passiert in unserer Gesellschaft, wenn jemand sowas macht. Rammstein ist gecancelt oder was? Die lachen sich doch alle kaputt. Ah, na klar. Also wenn Luke Mockridge natürlich glücklicherweise nicht gestorben ist, weil er vorher durch Kollegen noch zwangseingewiesen wurde, bevor er sich was angetan hat, wurde er plötzlich auch gar nicht mehr gecancelt. Ist ja eigentlich alles gut. Mein Gott, so ein paar Monate in der Geschlossenen sind ja auch wirklich nice. Und ja, Skurrus wurde öffentlich nicht gecancelt, weil Shoyoka da schon in der Kritik stand und weil er zumindest einen kleinen Indiz dafür zeigen konnte, dass das nicht passiert ist, was sie ihm vorgeworfen hat. Aber solche Vorwürfe können doch trotzdem dafür sorgen, dass dein Ruf komplett zerstört ist und du als Influencer nicht mehr richtig arbeiten kannst. Ja, bei Skurrus ist es nicht passiert. Und dann ist es in Ordnung, falsche Vorwürfe zu droppen oder was? Wenn es so wäre, dass Shoyoka ihn zu Unrecht beschuldigt hätte... Mhm. Dann wären ja die ganzen Videos und alles absolut gerechtfertigt gegen Shoyoka, weil damit würde es ja Frauen, denen sowas wirklich passiert... Nee, es wäre nicht gerechtfertigt, weil du immer noch das... Das ist absolut schädig. Nee, es wäre nicht gerechtfertigt, weil du dann immer noch die Meinung in der Öffentlichkeit vertrittst. Frauen sollte man nicht glauben. Okay, Shoyoka droppt falsche Vorwürfe, aber Skurrus darf dazu kein Video machen, weil ansonsten könnte man ja denken, dass Frauen lügen bei solchen Sachen. Ja, tut mir leid, Skurrus. Also ab sofort, wenn irgendeine Frau dir irgendwas vorwirft, auch wenn es eine Influencerin ist, du darfst leider nie wieder irgendwas dazu sagen, weil man soll ja nicht den Eindruck erwecken, Frauen würden lügen. Das geht ja gar nicht. Er hat zumindest eine Gegendarstellung gebracht. Ja. Kein zu hundertprozentigem Beweis, aber er hat schon deutlich mehr gemacht, als er machen müsste. Ja, warum hat er das dann gemacht? Frag dich das mal. Weil man Frauen in der Öffentlichkeit diskreditieren möchte. Man möchte Feminismus in der Öffentlichkeit diskreditieren. Progressivität diskreditieren. Genau. Skurrus möchte nämlich nicht damit erreichen, dass er in der Öffentlichkeit nicht als Belästiger steht, sondern das einzige Ziel war es einfach, Feminismus kaputt zu machen und die Progressivität der Gesellschaft anzugreifen. Dick, aber wirklich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wie kann man sich selber so einen Schrott einreden? Wirklich, ich blick's einfach nicht. Genauso das hier. Gewalt gegen Transmenschen ist ja auch Gewalt gegen Menschen, oder? Ja, aber warum sagt er Gewalt gegen Menschen, wenn da explizit steht Gewalt gegen Transmenschen? Weil er nicht sagen will, dass er gegen Gewalt gegen Transmenschen ist, weil sonst werden die Leute denken, dass er zur Wokebubble gehört. Deswegen will er das nicht aussprechen. Er gehört nicht zu. Nee, richtig, er gehört da nicht zu. Deswegen muss er um jeden Preis dafür kämpfen, dass es zu missrepräsentieren. Korrekt. Ich habe keine Ahnung, worauf er sich bezieht. Ich habe bei Twitter einfach mal nachgefragt, aber da hat er nicht geantwortet. Da sag ich auch später noch was zu. Aber ja, wahrscheinlich habe ich das falsch gesagt, damit die Leute nicht denken, dass ich zur Wokebubble gehöre, wenn ich die Meinung habe, dass man keine Gewalt gegen LGBTQ-Leute einsetzen soll. Eine Sache, die ich übrigens schon in 10 anderen Videos und 50 Livestreams gesagt habe, weil Gewalt generell kacke ist. Vor allem, ich mache 20 Videos gegen diese Wokebubble. Aber wenn ich dann einmal sowas erwähne, denken meine Zuschauer, dass ich zu dieser Wokebubble gehöre. Das ist so absurd. Ich kann das gar nicht gegenargumentieren. Ich weiß gar nicht, wie man das entkräften soll. Das ist so dumm. Aber lustigerweise gibt es trotzdem Videos, wo ich mich für LGBTQ ausgesprochen habe. Sowohl auf KurenTV, als auch auf KurenTV Uncut, als auch in Streams. Deswegen macht die Aussage noch weniger Sinn, weil ich das ja sogar mache, was er mir vorwirft. Ich bin übrigens allerdings auch hierarchisch und rechts unterwegs wegen diesem Punkt hier. Der ist sehr hierarchisch unterwegs, freut sich immer, wenn Geld reinkommt. Der macht das ja alles als, das ist ja sein Job. Achso, ja klar. Wer Geld bekommt, der ist natürlich hierarchisch unterwegs und ist einfach rechts. Muss man wissen. Kirchow, vielen lieben Dank für diese tolle Meinung. Ich meine, klar, bei euch wird es auch allen so sein. Der Chef will euer Gehalt überweisen und ihr sagt dann so, Chef, ganz ehrlich, ich bin nicht rechts. Behalten Sie bitte ihr Geld. Ich arbeite hier kostenlos, weil es mir Spaß macht. Aber auch Monte ist unfassbar schlimm. Er hat nämlich Shuyoka objektifiziert. Und zwar hier. Wo wurde denn Shuyoka objektifiziert? Naja, von Kuchen und Monte zum Beispiel, weil Leute im Chat geschrieben haben, hey, findest du Shuyoka attraktiv? Das ist eine Frage, die brauchst du gar nicht beantworten. Kannst du direkt löschen. Warum ist das überhaupt Thema? Warum beantwortet man so eine Frage überhaupt? Würdest du es lustig finden, wenn Leute jetzt hier bei mir im Chat sagen würden, hey, findet ihr Hugo attraktiv? Also erstmal, ja, an sich ist es natürlich unnötig, das Aussehen von einer Person zu bewerten. Aber ganz ehrlich, es ist komplett menschlich. Wenn du eine Person siehst, im ersten Moment ordnest du sie ganz automatisch in irgendwelche Schubladen ein oder denkst dir so, ja, die Person finde ich attraktiv oder halt nicht. Ich weiß nicht, warum das so schlimm sein muss, wenn man einmal in 20 Videos diese Frage gestellt bekommt und darauf antwortet. Lustigerweise kann es aber auch gar kein Objektifizieren sein, weil Monte hat das hier geantwortet. Ich finde, sie ist eine gut aussehende junge Frau, aber Charakter macht auch hübsch oder nicht hübsch, attraktiv und unattraktiv. Und bei ihr ist das Problem, dass ihr, also, da knallt es charakterlich aus allen Ecken und Kanten. Und ich meine, ich will dir jetzt nicht komplett die Ehre nehmen, aber ein Objekt kann per Definition keinen Charakter haben. Also er kann sie gar nicht objektifizieren, wenn er den Charakter mit einbezieht. Nur mal so nebenbei. Und by the way, weil ich cool bin, dürft ihr gerne meine Aussehen bewerten. Aber heute nicht meine Haare, ich komme vom Fußballer und ich habe noch nicht geduscht. Aber wir haben 6-0 verloren, also like das Video. Dafür ist Kirchow übrigens auch sehr gut weiter am Lügen. Er ist nicht verurteilt, er ist unschuldig. Doch, er ist verurteilt. 2016 wurde er verurteilt. Für 2 Witze über den Holocaust. Ja, 2 Witze auf Twitter. Nein, das ist ein anderes Verfahren. Ja, Bro, es waren nicht 2 Witze, es war nur einer. Okay, gut, jetzt aber mal wieder ernsthaft. ...Spräch angebieten, oder? Nein. Warum sollte der mir ein Gespräch anbieten? Der wollte eigentlich auch mal in irgendeinem Video, in irgendeinem Video hat er auch gesagt, dass er vielleicht mit Dara redet und das ist auch bisher nicht passiert. Also, er ist nicht wirklich diskursoffen. Stattdessen hat er dann ein Video über Dara und Imp gemacht. Also, ich weiß ja nicht. Ich bin also nicht diskussionsoffen. Na, dann gucken wir mal, mit wem ich all das schon Gespräche geführt habe. ApoRed, Hishem, Roos, Timjacken, Polytopia, Destroys mit einem Drachenhater und Ahmad. Es gibt auch noch mehr, aber das ist das, was ich auf die Schnelle gefunden habe. Stimmt, ich bin überhaupt nicht offen für Gespräche. Plus, ich habe es ja Freiraum-Re und Shoyoka auch noch zusätzlich angeboten. Die wollten aber aus irgendeinem Grund nicht. Dass das mit Dara bisher noch nicht passiert ist, das stimmt. Das will ich auch immer noch machen. Das Ding ist aber, dass er momentan ein paar Probleme hat. Deswegen war er auch schon seit über einem Monat nicht mehr live auf Twitch. Also, das ist gerade wirklich nicht meine Schuld. Dann auch sowas hier. Also, wie gesagt, mich hat er nie gefragt. Dich hat er nie gefragt? Nee. Ich bin ja auch ein bisschen besser vorbereitet, ne? Naja, du bist... Ich glaube, der würde ungern mit jemandem darüber reden, dass er ein Volksverletzer ist, der ganz genau weiß, dass er ein Volksverletzer ist. Ich glaube nicht, dass er mit so jemandem reden würde. Ja, Mann. Ich habe schon 100 Gespräche geführt. Mit allen möglichen Leuten. Aber gegen den großen Gott Kirchow traue ich mich natürlich nicht in eine Diskussion, weil er ist einfach super vorbereitet. Und auch argumentativ der Beste, wie man ja auch in diesem Video mal wieder sieht. Ich habe hier wirklich einfach Angst. Und ich bin nicht diskussionsoffen, weil man ist nur diskussionsoffen, wenn man auch mit Kirchow redet. By the way, habe ich euch ja vorhin schon gezeigt, dass ich ihn bei Twitter ja wegen einer Sache sogar geschrieben habe. Und bisher hat er mir noch nicht geantwortet. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Wäre ja sehr komisch, wenn er sagt, dass ich nicht diskussionsoffen bin, mir aber nicht mal eine Frage privat beantworten möchte. Auch die Aussage, ja, weil ich weiß, dass er ein Volksverletzer ist, verstehe ich nicht so ganz. Ja, ich wurde 2016 wegen einem Witz verurteilt und jetzt gibt es gerade ein zweites Verfahren, was ich wahrscheinlich gewinnen werde. Ich verstehe jetzt aber nicht, was das jetzt für ein Gegenargument ist, weil, bro, das habe ich selber öffentlich gesagt. Das ist jetzt keine Insider-Information oder so. Ich habe selber Videos dazu gemacht. Also jeder, der sich damit beschäftigt, weiß das auch. Also was soll das für ein Grund sein, nicht mit dir zu reden? Warum sollte man ihn anschreiben nach einem Gespräch, wenn er sagt, er möchte gerne ein Gespräch haben? Sollte er dann nicht die Leute anschreiben nach einem Gespräch? Naja, wenn du jetzt sagst, er sucht kein Gespräch? Tut er ja nicht. Wenn er einfach nur sagt, ja, ich bin für ein Gespräch offen. Dann will er ja nicht aktiv auf die Leute zugehen, sondern er erwartet, dass die anderen Leute auf ihn aktiv zugehen. Ja, aber wenn er sagt, bist du zwölf, Alter? Nö, wenn KuchenTV mit mir reden will, dann hat er mich gefälligst anzuschreiben. Also erstmal, warum muss ich überhaupt mit jedem reden oder jedem ein Gespräch anbieten? Ist man nur diskussionsoffen, wenn man wirklich mit jedem redet? Also das macht irgendwie auch nicht so viel Sinn. Lustigerweise kann er es bei Shoyoka verstehen, dass sie mit mir nicht geredet hat. Und wenn das bei mir das gleiche wie mit dir ist, dass ich mit dir nicht rede, wäre ja auch Shoyoka nicht diskussionsoffen. Das ist, Digga, das ist so, als wenn man gegen ein Kleinkind argumentiert gerade. Das Lustige ist, dass ich auch genauso kindisch das Argument wieder umdrehen kann. Ich meine, du bist doch angeblich auch so diskursoffen. Warum hast denn du mich da nicht angeschrieben? Bist du nicht diskursoffen? Das ist wie mit so einem Kindergartenkind, aber Leute, das stimmt doch einfach. Ey Mann, das ist wirklich, das ist wirklich schlimm, was ich hier mache. Ich verdiene so Geld, ne, das ist lächerlich. Aber ich freue mich drüber. Aber auch ein Monte ist ganz böse rechts und zwar deswegen. So, und Monte hat dann den Take, ja, kriminelle Ausländer raus. Was soll man denn dazu sagen? Das ist dann ein sehr viel... Er hat von Schwerkriminellen gesprochen. Aber warum denn raus? Wohin denn? Wenn ihr Heimatland keinen Krieg... Also, wenn in ihrem Heimatland kein Krieg herrscht, dann kann man sie in ihr Heimatland zurückführen. Okay, und warum sagt er dann Ausländer? Ich bin ja auch Ausländer vielleicht, theoretisch. Also, ich bin zwar hier geboren, aber meine Eltern sind ja Ausländer. Und jetzt? Wenn ich jetzt eine Straftat begehe, soll ich auch das Land verlassen? Also, erstmal hat er Schwerkriminell gesagt. Das ist tatsächlich ein riesiger Unterschied. Aber ein Herr, so ein bisschen Lügen geht ja immer, wenn es die richtigen Leute trifft. Aber ja, Bro, wohin? Das ist wirklich eine gute Frage. Also, ein Ausländer ist eine Person, die keinen deutschen Pass hat. Also, muss diese Person ja irgendeine andere Staatsangehörigkeit haben. Also, kann man die Person ja dann wieder da hinbringen. Ist gar nicht so schwer, oder? Wenn du hier geboren bist, dann hast du ja automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft. Wenn du jetzt also als Deutscher dann Schwerkriminell wirst, dann musst du halt hier bestraft werden und ins Gefängnis. Also, wirklich. Wie kann man das nicht checken? So, Junge, stellt er sich dumm? Aber eine Sache check ich generell nicht. Für Kirchow ist Monte jetzt rechts, weil er schwerkriminelle Ausländer abschieben möchte. Weil er bei einem Punkt vielleicht eine rechte Meinung hat, ist er jetzt komplett rechts, oder was? Monte kann ja auch in 15 anderen politischen Punkten komplett links sein. Aber das ist dann komplett egal, weil er ist bei diesem einen Punkt nicht eurer Meinung, also ist er rechts. Das macht doch gar keinen Sinn. Wie kann man denn Leute wegen einem Punkt einordnen? Also, Mann. Das ist jetzt Shuyoka und Freiraum Reh, die immer mal wieder und jetzt sogar noch Thema sind. Ich meine, KuhnTV hat jetzt schon wieder ein Video über Freiraum Reh gemacht, in der Hoffnung, dass sie darauf reagiert, damit er dann nochmal Content für einen Monat hat. Das ist halt ziemlich klar, was da passiert. Bro, mir ist bewusst, dass Freiraum Reh im Leben nicht auf meine Videos reagieren würde, weil die überhaupt nichts dazu sagen kann. Weil das ihr komplettes Weltbild zerstören würde, weil die so doppelmoralisch unterwegs ist, ist, dass man sich das eigentlich gar nicht vorstellen kann. Ja, natürlich ist das für mich auch einfacher Content, den ich erstelle. Was denn sonst? Und ich mache halt generell gerne Videos über solche Themen, was soll ich euch sagen? Lustigerweise kann man das, was Kürtjo sagt, auch genauso darauf beziehen, dass ich Videos über MikkeTV mache, über Rohart oder über ex andere Leute. Aber da scheint es kein Problem zu sein. Aber wenn ich Videos über Freiraum Reh oder Shuyoka mache, dann ist das ganz schlimm. Aber nur bei denen. Wie gesagt, bei allen anderen ist es okay. Was kann ich abschließend dazu sagen? Ganz ehrlich, Leute, ich weiß es wirklich nicht. Kürtjo lebt so krass in seiner eigenen, verblendeten Realität, dass ich wirklich nicht weiß, was ich dazu sagen soll. Er hat mich wirklich einfach sprachlos gemacht. Ich hoffe einfach, dass die Clips und die Aussagen von Kürtjo hier für sich sprechen. Und ich weiß nicht, eigentlich würde ich schon gerne mal live mit dem reden, weil das ist, glaube ich, nur lustig. Und würde bestimmt auch Klicks geben. Also ja, du kannst mich gerne anschreiben, wenn du diskursoffen bist. Wenn nicht, dann ignoriere das einfach. Was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Bis dann, meine Freunde. Okay, thanks, bye.